So, dann bin wir wieder. Ich hab den Part ja jetzt doch beendet. Bei 30 Minuten. Was soll jetzt? Ich denke, in diesem Part werden wir auf jeden Fall fertig mit dem Haus. Streichen. Oh, ich hab immer noch kein Trinken geholt. Mann, wenn ich mit dem Haus fertig bin, dann trinke ich wirklich was, verspreche ich. Dreh gleich einen halben Lieder. Mann, ich bin so doof. Oh, Mann. Ich bin zu im Flow, ey. Der Flow... Der Flow hat mich gefangen. Hallo? Ah, ich hab keine Farbe mehr. Ich hätte nochmal gerne eine Fähigkeit Stufenverbesserung. Das geht ja nur, wenn ich in anderen Häusen arbeite und ich mein eigenes. Komm, ich rande. Hm, hm. Hallo, ich werd da hier dran. Lass ihn mir nicht heran. Grünzeug im Weg. Ei, 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 ei. Ich kann kurz noch mehrere Häuser haben können. Nur eins wäre nämlich Lane. Ich möchte mein altes Haus nicht wegwerfen, aber wenn's klein. Das ist gemütlich, klein und schützt. Haus wegwerfen, das klingt. Warte, ich verkaufen. So. Wo gibt's ne Leiter? Wo gibt's ne Leiter? Ähm, Zubehör, gibt's eine Leiter? Aber das wär noch fürs Badezimmer nice. Ähm, wenn da noch Platz ist, ja, okay, da oben ist noch Platz. Puh. Ja, komm, man mach hier die Heizung. Geht ja auch noch. Ey Leute, ich muss hier was so trinken, weil ich kann nicht mehr. Puh. 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 Wieso, äh, schön was getrunken? Na komm, ich trinke gleich noch mehr. Stay hydrated. Hm. Jetzt stöhne ich erstmal nur, weil ich was trinke. Ach, lecker. Wie gesagt, wieder so, das für einen Kirsch. Ohne Zucker ist lecker. So, weiter geht's. Natürlich. Jetzt muss ich auf Klo. Was mache ich jetzt nicht? Mann, ey. Wie nervig. Der wär noch nice. Komm, den stell ich noch auf. Okay, der ist ja riesig. Finde ich, dass er so groß ist. Ist okay, nee. Ganz klein, bitte. Kann ich ihn draußen aufstellen? Ja, okay, das ist nice. Nice, nice, nice. Keine Leiter. Leiter. Ah, da gibt's anzeigen. Warum finde ich da nichts? Steht immer nicht. Oh, da. Was ist das? Gerüst kommt. Nee, das ist zu teuer. Okay. Nimm doch nur die kleine Leiter. Die reicht. Ja, die reicht. Die reicht. Ich hab' nichts drauf. Locker. Ein paar auf einmal. Ich hab' noch Farbe, ne? Okay, ich kann das ganze Ding. Das gefällt mir. Das ist gut. Ich kann's auf einmal machen. Diese Ecken nerven mich, ey. Dann hab' ich ja noch vier Parts, glaub ich, schon Hausflippern. Dann hab' ich nach Beta-Zelle erstmal was. So, hier war ja noch der Eimer. Aber Beta-Zelle könnte natürlich weitergehen, wenn irgendwas Neues kommen sollte. Dann könnte auch mal Beta-Zelle stattdessen kommen. Kann ich aber nicht sagen. Mann, jetzt streicht. Das ist irgendwie nervig. Ich war aber auch immer noch besser. Das ganze Gebüsch. Was? Es gibt doch eine Kettensäge, oder? Kann ich Tee nutzen? Kann ich gebrauchen. Kann ich mir überhaupt benutzen, oder ist sie nur ein Deko-Gegenstand? Ich glaub, sie ist nur ein Deko-Gegenstand. Ah ja, ich kann's wegmachen. Geht doch. Das ist nice. So. Dann mach ich mal's Ende. Dann geht das ja problemlos, glaub ich. Hoffe ich. Ja, endlich geht's. Äh, komm. Kann ich den blöden Busch nicht wegmachen? Oder hilf mir die Leiter. Leiter, folge mir. So. Muss ich ihm noch ein bisschen näher ran. Mehr Farbe. Iiiiih. Ist leer. Extra zu dem Pott hier hinten. Oh Mann, ich will nicht. Ja, hab ich schon wieder aus Versehen gemacht. Sag. So. Kommt da hin? Äh. Nee. Okay, ich draufsteck, kann ich ihn nehmen. Okay. Ja, aufsichtig. So. Hä? Ja, kurz. Oh ja. Perfekt. Oh, da hab ich auch vergessen. Na, was soll's? Mach ich gleich noch. So, machen wir nochmal hier oben. Komm, alles mit ein, bitte. Ja, nein. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kann man hier rein sehen, heißen. Wie was ich immer nicen in letzter Zeit sage. Ja, dann werden wir ja fast da rein. Ah, die Rolle heizen fehlt noch. Heizung. Heizung, genau. So, das ist ja eine extrem kurze Zeit, wobei so extrem kurz ist auch nicht. Geht schon. Pass. Bring jetzt noch die Jalousien und so an. Ja, eine neue Stufe. Okay, okay, okay. Dann werden wir ja fast rein und die Jalousien anbringen ganz vieles. Ähm, vor... Türen und Vorhänge, ne? Türen und Vorhänge, ne? Bewegt er bitte doch. Nee. Keinen weiß. Okay, dann bringen wir ihn überall. Oh mein, muss ich überall reinschrauben. Und zack. Alter, wir sind ein paar Fenster vor mir. Ah, Fenster vor mir. Der Baum geht einfach durch das Ding durch. Für jedes einzelne zu montieren. Hm, hm, hm. Das ist ne Freude, ne? Was, ne Freude? Was, Fenster ist noch nicht sauber gewesen? Das Ding hat sich auch schon verbessert. Das verwirrt mir, das ist noch nicht ganz sauber worden. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Und dann ist heute erstmal genug mit dem letzten Planenhaus. So spielen wir weiter, aber jetzt habe ich keine Lust mehr zu reden, langsam. Ja, wenn ich zu sein. Zack. Das machen wir. Und zack. Und zack. Dann kommt hier natürlich eins mit. Badezimmer. Tja, die Leitertöne zum Spionieren später, ne? Tja, die Leitertöne zum Spionieren später, ne? Deswegen bringe ich das jetzt auch an. Und zack. Ich fäng gerne Uhr noch ein bisschen Deko und dann haben wir es wirklich gleich. Ist ja doch ein normaler 20 Minuten. Eieieieiei, ist noch so Spaß, ey. Okay. Ich hab ein bisschen was vergessen, ich weiß. Deko. Ich baue natürlich noch eine Klingel, die ist nett. Nein, was gibt's noch? Anlässe. Katze wäre neid. Sei schon wieder neid. Ja. Kann ich ihn nicht draußen noch stellen? Hm. großen dekoration die menschen die kohäste was sind denn uhren und so was Elektrische Ausrüstung, da müssen noch Uhren sein, oder? Nö. Ich suche jetzt aber mal Uhr. Äh, Lampen wollten wir noch gucken. Oh, noch schöne Lampen. Die sind nice. Oh, ich sag schon wieder nice. So. Da oben noch eine Uhr. Neck, wo gibt's ein Lampen? Ja. Die ist hübsch. Ne, ich will die mächtig bunter haben. Neck. 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 Neck, neck. Anderen. Die wäre doch gut für die Küche. Keine gute Lampen für die Stube, oder? Reicht sie auch? Reicht sie auch? Ach so, ist wieder gut. Okay. Okay, machen wir noch eine zweite. Oh. Ja, sieht das auch gut aus. Was haben wir im Bad für ne Lampe? Lichtschleider im Fernseher, super. Na, die muss weg. Das Ding muss weg. Oh, das war ja noch hübsch, dass man die Öffnung hat. Okay. Das ist gut. So viel zu tun. Das ist so schön. Kronleuchter. Wobei der hängt ziemlich tief. Unangenehm. Oh, komm mal, man weiß. Okay, das ist nicht weiß, naja. Ja, das ist weiß. Den verschieben wir noch nicht. Geht nicht. Ja, ich glaube, wir wären fertig. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal.